Wissenschaftler studieren. Das sage ich auch immer. Es gibt viel zu wenige Ingenieure. Ja. Die Wirtschaft belasten und durch die Studenten immer noch ein Klausus für Geisteswissere. Das müsste es selber sein. Ja. Das ist also nicht wert für mich. Das ist auch nur ein negatives Business. Lara, du bist Ingenieurin. Oder Informatikerin. Maschinenbau. Ich sage Maschinenbau ETH. Dann baust du Kernkraftwerke. Jetzt rufen du Götti an. Lara, komm. Mit Video annehmen. Komm. Hallo. Wieso ist der Video nicht da? Ah, Pedro und ihre Technik. Komm Lara, komm. Hallo.